Aufzug ins Ungewisse Untergeschoss Nein, noch tiefer Ist hier Strahlung? Ich glaube hier herrscht Strahlung Schleim 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 Oh, ich Schleim hasse Er versaut mir die ganze Aufnahme Schleim Alles so pixellig Da rauf oder da rüber Da rauf vielleicht Vielleicht kann ich sie überraschen Kann ich nicht? Doch kann ich Schuss Sind sie Bereit für einen Juicy Fruit Gut Was nehme ich denn da wieder? Die explodieren nicht die Fässer Schade eigentlich Oh Gott Dachte er ist tot Kann er denn das ahnen? Ah Ah Hellige Scheiße Das ist brutal Er war zwar schon tot Aber Das hat er auch nicht verdient Da ist ein Knöpfchen Da ist ein Knöpfchen Hm Hier von den Kameraden Wo bin ich denn hier? Keine Ahnung wo ich Hier eigentlich rauskomme Ah 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 Sollte es nie rückwärts laufen Seid ihr fertig da drin? Nein Ah Er raucht schon Vielleicht Eine Granate Keine Ein paar gehen noch Okay Nicht so viel Sehr gut Das war der letzte Ah Das ist grausig Der Tor so Ah 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 Gottes Willen Ja Außerirdische Der innerirdische Der innerirdische Transit Maintenance Center Ah Oh, da muss ich hin. Ich habe gar keine Raketen gebraucht. Ich habe es mit Raka... Ich habe es mit Granaten gemacht, nicht mit Raketen. Ah. Sehr gut. Das war es auch schon für hier drinnen, oder? Hätten die das irgendwie anders angedacht? Wie man das... löst? Ich musste eigentlich nicht viel eingreifen. Keine Ahnung, ob das... gescriptet war, oder... ob ich nur Glück hatte. Hm, da war doch was. Ist unter dem Zelt... unter der Zeltplane verschwunden. Ist das ein normaler Zyklop, oder war das eine... Sonderedition? Zyklopensonderedition. Oh, Turrets. Siehe ich schon von hier. Habe ich jetzt noch eine? Nein, ich habe keine Handgranate mehr. Scheiße. Hm. Der Alien Blaster, der geht ja nicht auf... anorganisches, oder? Nee. Der geht nicht auf anorganisches. Ja, dann könnte ich entweder... Ups. Eine Gewehrgranate nehmen. Oder ich kann mich hier... anschleichen. Vielleicht geht's eh so. Oh, kein Problem. Ist ja blub. Oh, da ist noch eine. Ebenfalls kein Problem gewesen. Ich schaue mal natürlich noch rein. Da schaue mal auch noch rüber. Hier ist verdächtig... offen. Aber ich glaube nicht, dass ich da rein muss. würde mich stark wundern. Gut, dann speichern wir und... Was? Ich habe mich gestoßen. Turret. Tourette-Syndrom. Oh, Lambda. Oh, Lambda. Lamts da oder Lamts nicht? Die Frage. Nein, nicht da runterfallen. Oh, wie das ein Aufzug. Einer dieser. Welcher. Schau mal da rauf vorher noch. Hier was versteckt haben. Nix. Toter Arbeiter. Saftes an. Wie üblich. Ist der Saft immer aus. Keine Ahnung, warum die das immer ausstellen. Wollen die Strom sparen, oder? Wissen die, dass der Gordon kommt und... Wow, da ist viel Gesundheit drin. Hätte ich jetzt nicht nehmen sollen, weil... Ich hatte... ...nur eines gebraucht. Was kommt jetzt wieder auf mich zu? Von oben? Alles Gute kommt von oben. Was ist, wenn ich mich da rein... ...vergräche. Wo ist er? Ihr seht mich nicht. He he. Wow, ganz schön tief. Was fasst da? Das macht mir Sorgen. Noch tiefer. Da ist mal eine Kopfgabe. Das wird sicher nicht alles gewesen sein. Sollos kann ich wieder hochfahren, oder wie? Schleimspuckende Monster. Naja, mit dem werde ich auch noch fertig, oder? Wo ist es? Putt, 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 putt. Das verzieht sich. Oh. Da ist es jetzt. Jetzt wird's wild. Ey. Das hat mich angespuckt. Ah. Was ist da reingespawnt? Ich hab'n Fass erwischt. Die hab' ich schon lang nicht mehr gesehen. Ich verbrauch noch meine ganze Schrotflintenmunition. Die ist mir die Liebste. Ich hör' da noch was. Bist du das? Ne, der blutet da raus. Oder saftet da raus. Keine Ahnung. Kissen sind da, um kaputtgeschlagen zu werden. In dem Fall haben sie mir gute Dienste geleistet. Und Deckung gegeben. Anzugenergie. Gibt's da auf? Ne. Doch nicht. Vielleicht später. Zu. Auch zu. Da ist was, oder? Ja. Ja. Da kann ich aufmachen. Ist auch zu. Ah, ist offen. Ah. Schrot. Patronen. Und Handgranaten. Eine göttliche Fügung. Und jetzt hier runter. Oh. Ein so Haufen von Anzugsaft. Nimm an, da geht's lang. Ich schau' nochmal ums Eck zu. Okay. So, ich bin so ziemlich voll, wie man nur voll sein kann. Wird nicht lange anhalten. Oh Gott, die. Siehste? Schon vorbei mit voll. Oh Gott. Die sind schwer zu erwischen. Ich hab sie zwar erwischt, aber... Mit der Schrotflinte ist noch die beste Methode, weil... Die streut recht schön. Wieso kommt die nicht runter? Das Cyber-Vibe. Hier. Das Cyber-Vibe. Na ja, vielleicht sollte ich einfach meine Glocke nehmen. So geht das so langsam. Wow, die Tourens ganz schön. Dreifache Riedberger ist da nix. Macht sie. Im Schlaf. Da sind zwei. Die da rumtanzen. Gibst du, das ist vielleicht ein bisschen exploitativ. Ich hier betreibe. Aber... Sonst reicht's mir dann. Weißt du was? So geht's auch. Hätte ich mir die ganzen Schüsse erspart. Gut. Ah, mehr. Auch mehr natürlich von der Sorte. Brauchst du auch eine Rakete, oder? Kann ich's dir so besorgen? Ah, natürlich. Gerade wenn ich lade. Oh! Wow! Ah, jetzt ist sie da oben wieder. Da kann ich sie schön abschießen. Da läuft sie immer im Kreis rum. Okay. Daneben! Sau. Wow. Eine hab ich noch. Mit Raketen geht ihm alles viel leichter im Leben. Eine gute Lektion. Waren's vier? Oder sind's mehr? Da war ich doch schon mal, oder? Ne, das war in einer anderen Halle. Oh Gott, mehr. Die Turnstunde ist zu Ende. Meine Liebe. Komm her. Mensch, wenn sie nicht davonlaufen würde. Komm zu Papa. Was verliert die da? Glock. Glöcker. Könnte etwas Gesundheit gebrauchen. Ich bin jetzt. Das war's. Es ist ein wohn sí. Ich habe so viele, was es zu Ende.